Anglo Kelly, der jüngste Spross der berühmten Kelly-Familie, hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Solokünstler etabliert und Millionen von Fans weltweit begeistert. Sein Talent, seine Hingabe zur Musik und seine Liebe zur Familie machten ihn zu einem Idol für viele Menschen. Doch so strahlend das Leben eines Stars auch erscheint, verbirgt sich oft eine Seite, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Eine Seite, die selbst die engsten Familienmitglieder nur schwer tragen können. Die traurige Nachricht, die seine Frau vor wenigen Stunden bestätigte, hat die Fans in Schock versetzt und ließ viele fragen, wie konnte es so weit kommen. Seit Jahren stand Anglo im Rampenlicht, nicht nur als Musiker, sondern auch als Vorbild für eine alternative Lebensweise. Er zog sich mit seiner Familie aufs Land zurück, lebte fernab des Trubels der Großstädte und setzte auf ein einfaches, naturverbundenes Leben. In Interviews sprach er oft darüber, wie wichtig ihm diese Balance zwischen Karriere und Familie sei und wie er seine Kinder in die Musik einbindet. Doch was niemand ahnte, hinter dieser Fassade des ruhigen Familienlebens wuchs ein innerer Druck, der sich langsam, aber unaufhaltsam aufbaute. Es begann mit kleinen Anzeichen, die nur seine engsten Vertrauten wahrnahmen. Anglo, der stets fröhlich und ausgeglichen wirkte, begann sich zu verändern. Er wirkte oft erschöpft, distanzierte sich immer mehr von seinen Freunden und zog sich in sich selbst zurück. Für die Öffentlichkeit war er nach wie vor der charismatische Sänger, der mit seiner Familie Musik machte und durch die Länder tourte. Doch in ihm brodelte etwas, das er lange Zeit nicht nach außen zeigen wollte. Seine Frau, die in all den Jahren immer an seiner Seite war, merkte als Erste, dass Angelo mit sich selbst zu kämpfen hatte. Es waren Momente, in denen er sich in endlose Gedanken verlor, in denen er das Familienleben nicht mehr mit der gleichen Freude genießen konnte wie früher. Doch auch sie wusste nicht, wie tief diese Kämpfe wirklich gingen. Angelo war immer derjenige, der für seine Familie stark sein wollte. Er trug die Verantwortung für ihre Sicherheit, für ihre Zukunft und vor allem für ihren gemeinsamen Traum, die Musik. Die Kelly-Familie war schon immer mehr als nur eine Musikgruppe. Sie waren eine Familie, die alles gemeinsam durchstand. Ob Erfolge oder Krisen sie hielten zusammen. Doch für Angelo war dieser Zusammenhalt mit einem zunehmenden Druck verbunden. Während die Fans die Musik liebten, die sie gemeinsam schuffen, fühlte Angelo eine immer größere Verantwortung, den Erwartungen gerecht zu werden. Er wollte seiner Familie das Leben bieten, das sie verdienten, und zugleich seinen eigenen künstlerischen Ansprüchen genügen. Dieser Balanceigt begann jedoch, ihn innerlich zu zerreißen. Seine Frau bestätigte später, dass es immer häufiger zu Momenten der Stille kam, in denen Angelo sich komplett zurückzog. Die Musik, die ihm einst so viel Freude bereitet hatte, schien für ihn zu einer Last zu werden. Es war nicht mehr nur das kreative Schaffen, das ihn erfüllte, sondern vielmehr der Druck, ständig abliefern zu müssen. Angelo war ein Perfektionist. Er wollte immer das Beste für seine Fans, für seine Familie und für sich selbst. Doch dieser Anspruch führte ihn immer weiter in eine Spirale der Überforderung. Der endgültige Zusammenbruch kam nach einer besonders intensiven Tournee. Die Konzerte, die einst seine größte Leidenschaft waren, wurden zu einem schier unüberwindbaren Hindernis. Angelo kämpfte sich durch jede Show, doch innerlich war er längst am Ende. Seine Frau und Kinder standen ihm zur Seite, doch selbst sie konnten die Last, die auf seinen Schultern lag, nicht mehr lindern. Angelo war erschöpft, sowohl körperlich als auch seelisch. Es war schließlich seine Frau, die die traurige Nachricht an die Öffentlichkeit brachte. Angelo Kelly hatte sich entschieden, eine längere Auszeit zu nehmen. Für viele Fans war dies ein Schock, denn sie hatten keine Ahnung, wie tief die inneren Kämpfe gingen, die er führte. Sie sahen nur den erfolgreichen Musiker, den liebevollen Familienvater, der scheinbar alles im Griff hatte. Doch die Wahrheit war eine andere. Angelo hatte sich in den letzten Jahren immer mehr in sich selbst zurückgezogen, und die Erschöpfung, die er verspürte, war nicht mehr zu leugnen. Seine Frau sprach in einem bewährenden Startenment darüber, wie schwer es für Angelo gewesen sei, diese Entscheidung zu treffen. Er liebte die Musik, aber er hatte erkannt, dass er sich selbst verlieren würde, wenn er so weitermachte. Es war nicht nur die körperliche Erschöpfung, die ihn quälte, sondern auch die ständige Angst, nicht mehr den hohen Erwartungen gerecht zu werden, die sowohl er selbst als auch seine Fans an ihn stellten. Für die Öffentlichkeit war dies eine bittere Nachricht, doch für seine Familie war es ein Moment der Erleichterung. Endlich konnte Angelo sich die Zeit nehmen, die er so dringend brauchte, und zu heilen und zu sich selbst zurückzufinden. Es war kein einfacher Weg, aber es war der Einzige, der ihm blieb. Seine Frau stand in dieser schweren Zeit fest an seiner Seite und unterstützte ihn in jeder Entscheidung. Sie wusste, dass er die Pause brauchte, um sich zu erholen und seine Kreativität und seine Leidenschaft für die Musik wiederzufinden. Die Medien begannen zu spekulieren, wie lange Angelo Kelly aus der Öffentlichkeit verschwinden würde. Einige vermuteten, dass er nie wieder auf die Bühne zurückkehren würde. Andere glaubten, dass dies nur eine vorübergehende Phase sei. Doch die Wahrheit war viel komplizierter. Angelo kämpfte nicht nur mit der Erschöpfung, sondern auch mit sich selbst. Er musste herausfinden, wer er jenseits der Bühne war, was ihn wirklich erfüllte, wenn die Scheinwerfer erloschen waren. In einem seltenen Interview, das er später gab, sprach Angelo offen über seine Kämpfe. Er erzählte von den schlaflosen Nächten, in denen er sich fragte, ob er jemals wieder die Kraft finden würde, Musik zu machen. Die Musik war immer ein Teil von ihm gewesen, doch in den letzten Jahren hatte sie sich zu einer Last entwickelt, die ihn erdrückte. Er sprach davon, wie schwer es für ihn gewesen sei, sich selbst einzugestehen, dass er eine Pause brauchte. Für jemanden, der sein Leben lang im Rampenlicht stand, war es keine leichte Entscheidung, sich von der Bühne zurückzuziehen. Doch diese Entscheidung rettete ihm das Leben. Angelo erkannte, dass er nicht immer stark sein musste. Er durfte auch Schwäche zeigen, durfte sich zurückziehen und zu heilen. Diese Erkenntnis war der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Genesung. Die Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau, half ihm, diesen Weg zu gehen. Sie gab ihm die Kraft, die er brauchte, und wieder zu sich selbst zu finden. Es dauerte viele Monate, bis Angelo sich bereit fühlte, wieder Musik zu machen. Doch als er schließlich zurückkehrte, war es nicht derselbe Angelo Kelly, den die Fans kannten. Er hatte sich verändert, war gereift und hatte gelernt, sich selbst nicht mehr zu überfordern. Die Musik, die er nun schuf, war tiefer, authentischer und persönlicher als je zuvor. Er hatte sich von den hohen Erwartungen befreit, die ihn einst belastet hatten, und fand wieder die Freude an der Musik, die ihn einst so sehr erfüllte. Seine Frau bestätigte, dass diese Zeit der Auszeit notwendig war, und Angelo wieder zu sich selbst zu bringen. Die traurige Nachricht, die sie vor Monaten an die Öffentlichkeit bringen musste, war letztlich der Anfang eines neuen Kapitels im Leben von Angelo Kelly. Es war eine Zeit des Wachstums, der Selbstreflexion und der Heilung. Und am Ende fand er nicht nur den Weg zurück zur Musik, sondern auch zu sich selbst. Für die Fans bleibt Angelo Kelly ein Idol, ein Künstler, der immer wieder zeigt, dass es im Leben nicht nur um Erfolg und Ruhm geht, sondern auch um die Fähigkeit, auf sich selbst zu achten. Seine Geschichte ist eine Geschichte von Schmerz, von inneren Kämpfen, aber auch von Hoffnung und Erlösung. Angelo Kelly hat uns allen gezeigt, dass es manchmal notwendig ist, innezuhalten und den Weg nach vorn zu führen.